Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zum heutigen Informationsvideo. Heute kann ich endlich veröffentlichen, woran wir die letzten Wochen gearbeitet haben. Ich hatte ja gesagt, dass ich eine kleine Überraschung für euch habe. Und zwar, ja, ich persönlich feiere es einfach extrem und endlich ist es wieder ein weiterer Schritt in noch professionellerem Arbeiten. Auch für euch als Fans ist es natürlich noch geiler, dass ihr halt bessere Möglichkeit habt, zu den ganzen Sachen zu kommen. Und zwar, Überraschung Nummer 1 ist unser neuer Shop. Denn wir haben einen komplett neuen Shop aufgesetzt. Shop.unlimitedwrestling.de Da kommt ihr auf unseren neuen T-Shirt-Shop. Wir gehen natürlich auch gleich mal durch und T-Shirt-Shop kann man eigentlich nicht mal dazu sagen. Denn es gibt so viel Kram da drin. Das ist richtig krass. Deswegen schauen wir doch gerne mal durch. So sieht die Seite aus, wenn ihr da drauf kommt. Natürlich erstmal mit schönen Banner hier. Alles wunderbar. Und ja, wir haben sehr viele Sachen außerhalb von nur T-Shirts. Wir haben Tank-Tops. Wir haben Girlie-Shirts. Wir haben auch für die Damen Tank-Tops mit V-Ausschnitt und was es nicht alles gibt. Wir haben Sporttaschen. Wir haben sogar Fußmatten, Freunde. Wir haben Beutel. Wir haben Pullover. Wir haben alles. Wir haben auch Mützen und wir haben Poster und wir haben Polo-Shirts. Und ich glaube, jetzt habe ich alles genannt, was wir so am Start haben. Auf jeden Fall übelts nice. Hier alles. Ja, es gibt natürlich so ein paar Sachen auch von mir schon. Von Martin Guerrero gibt es hier ein bisschen Merchandise rund um mich. Was ihr hier schon holen könnt. Ihr seht hier auch die verschiedenen Kategorien, wo ihr dann sagen könnt, okay, ich will jetzt hier nur natürlich Martin Guerrero-Klamotten sehen. Und dann seht ihr hier alles, was wir haben. Alle Formen und Farben. Wir haben Tassen. Tassen habe ich vergessen. Wir haben Tassen, Freunde. Alles hier am Start. Alles für die verschiedenen Menschen, Damen, Herren. Alles, was es da gibt. Hier findet jeder was. Hier unten kann man auch noch weiter blättern. Also der ganze Kram von mir. Dann natürlich ganz wichtig für euch. Es ist der Unlimited Shop. Das heißt Unlimited Wrestling Merchandise. Hier ein schönes Snapback. Auch mit gesticktem Logo. Was natürlich auch nochmal sehr, sehr schön ist. Hier sieht man dann auch nochmal genau, wie das Ganze läuft. Preis und Rind in den Warenkorb. Und dann läuft das. Also alles gar kein Problem. Ja, Mützen. Hier eine Fußmatte. Eine schöne Fußmatte. Einfach mal vor die Tür schmeißen. Von Unlimited Wrestling. Die werde ich mir auf jeden Fall auch noch gönnen. Und ja, alles mögliche an T-Shirts. Und das hier ist was ganz Besonderes. Denn wir haben ein komplett neues Unlimited Wrestling Design rausgehauen für euch. Beziehungsweise hauen wir das damit raus. Wir gehen jetzt mal auf ein ganz normales T-Shirt hiervon ein. Und zwar dieses wunderbare We are Unlimited T-Shirt. Richtig geil auf jeden Fall. Ja, und ein sehr, sehr schönes Design von unserem neuesten angestellten T-Shirt Designer. Der in Zukunft wahrscheinlich auch noch einiges für uns machen wird. Und da gibt es hier dieses unglaublich geile Shirt. Was hier jetzt exklusiv im neuen Shop erhältlich ist. Natürlich auf allen möglichen Motiven. Man kriegt das überall. Und dann habt ihr nicht nur das Logo T-Shirt von Unlimited Wrestling. Sondern jetzt auch noch mehr. Falls ihr euch wundert. Wir haben hier auch noch. Also hier haben wir auch noch ein neues Design. Unsere Poster gibt es hier auch mit zu kaufen. Und dieser Shop wird auch stetig erweitert. Das heißt, im Laufe der Zeit werden natürlich noch weitere Wrestler mit dazu kommen. Wir haben ein großes Roster. Wir haben ein gutes Roster. Und da kommt natürlich noch einiges dazu. Wir haben hier auch ein Badehandtuch. Da könnt ihr euch also schon mal auf ein wunderbares Surferboy-Badehandtuch freuen. Was da natürlich auch in Zukunft kommt. Aufkleber. Was es nicht alles noch gibt. Wir haben hier auch so ein Hoodie-Kleid. Sieht bestimmt auch ganz nice aus bei den Damen. Also alles verfügbar hier im Shop. Wie gesagt, wir kümmern uns darum, dass nach und nach noch mehr Wrestler die Möglichkeit haben, ihre Produkte auch bei uns anzubieten. Und damit supportet ihr natürlich auch deutsches Wrestling. Ihr supportet uns. Ihr supportet die Wrestler, die damit zur Verfügung stehen. Aktuell halt nur mich. Ja gut. Aber da kommt in naher Zukunft auf jeden Fall noch einiges auf euch zu. Wir werden jetzt also anfangen, denn nach und nach immer mehr Wrestler damit einzufliegen. Und deren Merchandise. Und dann wird das zum Schluss ein riesen Shop rund um Wrestling Merchandise extra für euch. Das ist die Überraschung Nummer 1, die wir für euch hatten. Also diese Adresse hier, shop.unlimitedwrestling.de. Solltet ihr euch merken, kauft den Laden leer. Das geht nicht mal. Nein, denn wir haben es hier natürlich so, dass diese ganzen Produkte, die werden extra hergestellt, wenn ihr die bestellt. Und dann läuft das auch. Und der große Clou an dieser Sache ist, dass wir, ich habe hier mal spaßeshalber, hier ein Unlimited Polo-Shirt natürlich reingepackt. Ja, hier können wir uns natürlich auch nochmal angucken. Hier ein schönes Polo-Shirt mit dem Unlimited-Logo. Das ist schick. Das habe ich hier schon mal reingepackt. Und hier ist halt das Geile, dass wir hier alles Mögliche an Zahlungsweisen haben. Das heißt, ihr könnt überweisen, ihr könnt Kreditkarte benutzen, ihr könnt sofort Überweisung machen. Was halt quasi auch so wie Online-Banking ist. Denn einige von euch haben kein PayPal. Habe ich auf jeden Fall jetzt so gehört, dass da einige Leute sich gefragt haben, warum man im aktuellen Shop nur mit PayPal bezahlen konnte. Deswegen wollten wir das sowieso ein bisschen ändern. Also aktuell hier alles möglich, was man hier machen kann. Also alles kein Problem. Wir sind da also am großen Ausbau. Die zweite Sache, also die zweite Überraschung, die wird es erst in den nächsten Tagen geben. Kann sein, dass es erst nächste Woche Samstag kommt oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall, die nächste Sache kommt auch. Also noch eine Überraschung für euch. Das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr schön. Und da freue ich mich auch drauf, wie ihr darauf reagiert. Deswegen gerne eure Meinung zum Shop in die Kommentare. Und wichtig auch, was wollt ihr für Produkte noch haben? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wir kümmern uns drum. Oder welche Wrestler wollt ihr noch mit Merchandise im Shop bestückt haben? Und dann könnt ihr natürlich fleißig bestellen, fleißig supporten. Und dann danke ich euch auf jeden Fall erstmal fürs Zusehen, fürs Dranbleiben, fürs Supporten. Es ist super geil. Deswegen Dankeschön an euch alle. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Show spätestens. Daten dazu gibt es ja auch, denn auf der Homepage zu sehen. Und ja, ich freue mich drauf. Vielen Dank, Freunde. Wir sehen uns. Haut rein und ciao. Bis zum nächsten Mal.